hallo das freundene für gedrucken wir machen heute wieder sammeln 150 steine wie ihr seht und ja jetzt erst über den müssen wir sehen zwei können wir den machen zwei multis und dann das ssr garantiert den ssr garantiert zahlen ohne 4 ich habe sie mir leckte mir auf glaube ich will nicht mit beiden aufnehmen ich verstehe nicht warum sonst wenn ich nicht aufnehmen aufnehmen wir nicht naja sitz los Ich werde mal kurz spielen da starten, bis gleich. So, da bin ich wieder. Da habe ich jetzt mal Charakter, dass wir mal sehen, was wir bekommen haben. Aha. Den Goku. Äh, den Vegeta. Boah. Das ist scheiße. Naja, geht so. Ist ganz okay. Passiv ist relativ geil. Ja, dann machen wir jetzt mal den nächsten Multi. Ich hoffe, diesmal kratzt es nicht wieder ab. Keine Ahnung, was das war. Nachher kommt noch Gogeta raus, aber da werde ich dann auch ein paar Summen sehen. Werde ich ein paar machen. Oh, kein Chip. Wieder Instance-Suppersen. Okay. Parn. Bardock. Parn. Bardock. Komm schon noch ein SSR. RIP Egal, jetzt machen wir noch den SSL garantiert zusammen Ich hoffe natürlich auch Super Saiyan 3, Vegeta oder Goku oder der Bardock, der ist auch richtig geil Ah So, weg mir den Oh, es ist über 1,5 Minuten beginnt es zu euch das Spiel Oh, 5 Chips Das glaube ich, das ist sowieso ein SSL, so von daher Kommst du bis in 3? Oh Chico Nochmal Chico Oh, wer wird das? Oh Oh Super Saiyan 3, Super Saiyan 3, Goku Der ist richtig geil Ah, der ist geil Aber davor die Scheißlinks Sehe ich gerade Ja gut, das war's dann für heute Wenn es mich gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da Tschüss Davor Die start